Willkommen zu euch, ihr lieben, zu Resident Evil 4. Was? Wo ist der jetzt viel größer, bitte? Nur das bisschen hier unten, oder wie? Voll geil. 25 Scharfschützenmunition habe ich jetzt. Willkommen. Ich weiß nicht. Willkommen. Besten Dank. Ich habe nur die feinste Wagen. Geh so auf angenehme Reise. So dreist du hast so 9500 für diese blöde Weste. Aber die taugt es leider auch schon, ne? Da habe ich die schon knurren, höre die Viecher. Wobei genau die Zielerfassung ist. Man kann sogar wirklich aufs Gitter schießen. Heftig. Ich finde es heftig. Äh, so. Da. Ja, ist der einzige Weg. Beeper. Beeper. Oh. Oh. Uh-huh. Oh krass, Erste-Hilfe-Spray! Aha! Ich hab bestimmt schon welche verpasst, aber trotzdem, manchmal höre ich's halt, ne? So, da hinten rum. Um... So, da hinten rum. 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 Das wird ziemlich hell. Ja, war die letzte leider, ne? Der Hundegarten, alter! Noch wer? Es nimmt kein Ende. Oh, Schlafbrett. Leider nicht so effizient im Killen, merke ich gerade. Musst immer effizienter kalt machen, die Mistviecher, weil... Du brauchst immer so viel Munition, immer. Gibt's auch Schrot vor allem für die Dinger. So. Ich habe fertig. Und jetzt? Endlich raus aus diesem beschissenen Irrgarten. Kann ich nur zustimmen. Der Hund einfach mal die ganze Zeit hier rumpacet, wie blöde wahrscheinlich. Oh nein. Oh nein. Komm! Komm! Ist Viecher überall. Ach guck mal, da oben ist die Chimäre. Die kennt man ja noch. Ich habe so viel Grab verpasst hier wahrscheinlich, ne? Ätzend. Richtig ätzend. Mich nervt sowas. Aber gut. Geht nicht auf. Sieh mal, die Statue da oben. Warum tust du dir nicht was Gutes? Äh, was haben wir denn? Alle blauen Medaillons sind in der großen Halle zu stören. Diese blauen Medaillons sind ein Schandfleck, genau. Ja. Haben wir doch. Über hier. Äh... Das nächste Level. Gute Neuigkeiten, Bad. Da haben wir ein richtig gutes Werkzeug an Land gezogen. Damit kann ich deinen Waffen ab jetzt noch fiesere Modifikationen verpassen. Gegen die entsprechende Bezahlung, versteht's. Ich sag Bescheid, wenn du daran interessiert bist. Ah, guck mal, genau hier ist das. Diese Box. Ah, nur das Beste vom Besten. Okay. Oh, guck mal, die sind schon markiert teilweise. Sind hier hin. Ah. Oh, die Endzahl. Warum tust du dir nicht was Gutes? Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? So. Auch wenn es verbraucht hin und wieder etwas Pflege. Ja, hört ihr Angst, es kommt auf das 1,5-fache. Alter. Wie krass. Ah. Probier mal, ob's passt. Oh Leute, jetzt brauche ich so viel Kohle hier. Hm. Das ist halt krass, weil ich hier mit dem Ticket von anderen Waffen die Spezialmodifikation nehmen kann. Aha. Was wollt's dir? Oh Mann. Das ist der Scheiß. Was? Da ist ein Relief von der Wand. Äh, 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 äh. So. 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 Hm. Das ist ein Geier. Sieh mal die Rüstung. Die könntest du sicher als kugelsichere Weste nehmen. Bisschen zu altmodisch für meinen Geschmack. Oh, schade. Die würde dir bestimmt super stehen. Vielleicht auch ein bisschen zu schwer. Lustig übrigens, weil Ashley das ja, äh, dann im Originalspiel als Sequel-Rüstung hat, dass sie unverwundbar wird. Hallo? Muss ich hier runter treten. So. Wo ist hier die Medaille? Ich stehe sie gar nicht. Wie soll ich werden in der großen Halle? Ich stehe bestimmt hier irgendwo dazwischen, hä? Sind diese Gar nicht. Warum seh ich die nicht. Da! Als einziges gewackelt. Medaille. Wie krank. Voll das riesige Areal wieder hier freigeschaltet. Haha. Ganz bisschen schade, dass man hier so wenig Chateaus nur zusammenkriegen kann. Oh. Häufiger stelle ich das Bonus auf Bolzen. Gewehrmunition. Oh. Das ist sogar noch besser. Ich hoffe, dass es immer nur mit der Schreibmaschine geht. Okay. 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 Schieß nicht einfach auf alles. Nachladen. Okay. Hervorragend. Bleibt weiter an Bade. Verankt. Keine Gebete ohne Hört. Ein Meer aus Ziehscheinen. Ziehen wir das an. Jetzt oder nicht? Fantastisch. Feierabend. Fantastisch. Feierabend. Gott toll. Köhö. Trotz. Was? Ich habe alle erwischt. Krass. Willst du mich verschaukeln, Partner? Mein perfekter Lauf. Drei. Zwei. Eins. So schlecht die Fässer zerschießen. Hervorragender Schuss. Ja. Hervorragender Schuss. Nachladen. Dacht ihr mir schon. Bleibt weiter an Bade. Ich habe jetzt alles auf S gemacht hier. Die letzten. Und ich glaube den silberten Chetorn, den kann man sich einfach unendlich noch oft dazu verdienen, wenn man den Highscore schlägt. Hey, wo willst du denn hin? Ich habe ewig gebraucht, das wohl zu verwalten. So. Aber erstmal das. Das Gewöhnliche ist für Flip-Munition. Oh, seht ihr? Ich kriege auch hier seltene Kugeln. Offen-Munifikationen sind günstiger. Wolzen. Oh, wieder eine besondere. Für die normalen Jetons. Das ist schon gar... Ja, wie immer die. Aber ich kann auch hier normale rauskriegen übrigens. Das ist total egal. Jo. Oh, die Schutzweste ist 30% günstiger zu reparieren. Und alter. Das ist ja fett. Misenaufsätze, okay. Oh, gut. Gefällt mir außerordentlich. Ich kann mal, dass ich die Weste jetzt schon repariert habe und alles. Ich habe ja gerade den Headlight ran, dass ich weniger verbrauche durch die Modifikationen. Was kann ich für dich tun? Ein hervorragender Deal. Kann man die stacken hier? Warte mal. Komm jederzeit wieder. Nee, kann man immer nur einmal, ne? Schade. Das finde ich immer noch richtig gut. Warte mal. Windmunition, Gewehrmunition. Ja gut, dann kann ich den Headlighter verkaufen, die zweimal. Willkommen. So. Besten Dank. Doktor Salvador. Warum heißt der eigentlich Doktor? Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Wie ein Doktor sieht jetzt für mich nicht gerade aus. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorgen. Positionskapazität geht aufs Doppelte und die Angriffskraft aufs Doppelte. Was? Was zum Fug? Ja, also entweder Spezialupgrade-Ticket. Kostenlos wahrscheinlich, wenn man die hat. Ich hab'n Stirb mir da draußen nicht weg. Ich dachte gerade, er will was anderes. Ich hab'n Stirb. Okay. Äh, okay. Da unten geht's zum Audienzsaal. Hier ist die große Halle. Hier ist die kopflose Statue. Hier ist noch ne Marke. Und da aber gar nicht rein. Ja, fahren wir mal zum Audienzsaal, oder? Was soll man sonst machen? Dir wird in dem Ding doch nicht schlecht, oder? Du wirst du gleich sehen. Hä? Ja, vor allem, er sitzt doch gegen die Fahrtrichtung, ne? Ich würde da einen Strahl abreihern, du. Voll cool, wenn man sowas in so einem Schloss hat. So ne Schienenbahn. Aha. Die Wasserhalle. Mein Albtraum. Und hier haben wir auch nochmal diese Kiste. Ah. Oh, die hat alle fünf. Brauche ich nur noch nen anderen Stein hier. Aber nicht reich, glaub ich. Gas. Ja. Wir können mal trotzdem wissen, was hätte die... Hier, Leons Outfit. Ach so, die Accessoires. Oh, wie geil. Ich hab sie ja jetzt an. Ja, ähm. Habt ihr vielleicht schon die Kommentare geschrieben? Aber ich hab ja viel vorproduziert. Was? Oh, mit Roten an? Sieht so aus wie Regina. Kennt ihr? Regina. Dino Crisis. Wille Wellington. Ach, es gibt nur eins. Schade. Ich dachte, man kann hier mehr verpassen. Guck, ist halt schon krass. Irgendwie, guck mal, es wabert auch noch so. Geil. Ach so, so ein... So überbelichteter... Streifen hier, ne? Nee, komm, lass mal aus. Aber die Haare lass ich mal rot. Das gefällt mir bei ihr. Sieht schön aus. Ja, ansonsten ist hier nix mehr, ne? Gut. Kann man überspringen, ne? War zu spät. Sehr cool. Und du hast dir in die Hose gemacht. Hoho. Ach, guck mal, deswegen. Hat sie gesagt. Guck mal, die Steine. Äh, guck mal, die Statue. Ah, da ist noch was. Äh, alle Ratten beseitigen in der Bibliothek. Ein Teil der Burg wird von Ratten überrannt, die fröhlich all die kostbaren Bücher annagen. Aber diese Ketzer scheren sich natürlich einen Dreck darum. Macht mir jemand etwas gegen dieses Ungeziefer, bevor es zu spät ist? Wo ist denn die Bibliothek? Guck mal, wie cool. Das führt ganz außen am Schloss entlang. Ist ja geil. Der Weinkeller. Was ist denn Schublade? Aber ich finde es halt krass. Ich kann wahrscheinlich von hier aus wieder irgendwann überall hin, hä? Ah, da ist auch noch ein blaues Medaillon. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ja. Ah, das ist die Bibliothek. Eine Schlangenstatue. Und der eine Kopf, den... Guck mal, das könnte ich ja auch verkaufen, den Spiegel. Das Bild oder was auch immer. Guck mal, wie schön das hier gerichtet ist. Ja, essen muss man, ne? Mit Taxidermin nicht geil. Guck mal, den würde ich auch verkaufen beim Händler. Ich lasse mal lieber. Guck mal, auf jetzt. Ganz kurz. Ja, allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung. Oh. Ist das ein Kompliment? Das überlasse ich dir. Also sie sitzt hier. Sie hat nur Vorspeise. Löffel. Und er hat den Wein und das Brötchen. Und er hat drei Gänge. Drei Messer. Also sie hat nichts. Die Frau. Hier. Setz dich. Ja. Das ist meins, hä? Ich habe nur ein Brötchen. Aha. Scheint, wir lagen richtig. So die anderen Ratten. Damit meine ich auch die Gegner. Äh, 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 äh. An, Ashley. Benehm dich. Wir schauen auch. Na gut, sollten eigentlich keine unter 18-Jährigen zuschauen, aber trotzdem. Ah, stecken rein. Ja, und jetzt? Ich kann leider nicht da hoch. Hier geht's ja auch noch weiter. Der Boden aber auch glänzt. Meine Güte, als wäre er nass. Na, wer von euch lebt? Oh. Sorry, aber... Mal kurz was gucken. War das denn? Irgendwann war doch noch eine Schublade. Hier auf der Burgbauer, ne? Ach, shit. Da kann ich mir hin. Gott. Ah, toll. Hätte ich jetzt gebrauchen können, den Schlüssel. Voila. Nehmen wir die mit in New Game Plus? Oh, komm mal, hier ist schon der Löwe. Das Feuer. Was ist der Bolzen? Ach, Mann. Oh, shit. Oh, shit. Kommt schon, das ist doch nicht euer Ernst. Okay. Ha ha! Oh nein! Oh nein! Au! Sieh nur, sie hat angehalten! Ich glaub, sie müssen das Herzfeuer tun! Natürlich kommt die anderen auch noch! Klapp! Nimm das! Lass ihnen Ruhe! Fahr zur Hölle, du rostiges Stück Scheiße! Hey! Bist du okay? Ja! Buenas noches, Caballeros! Good Job! Oh, meine Stimme! Good Job, Ashley! Alles okay, ja? Hast dich nicht verbrannt? Nein! Danke für die Hilfe! Das hat es echt rausgerissen! Wow, sie hat echt einen guten Job gemacht hier! Ich bin begeistert von der neuen Ash! Oh nein! Ah! Ja! Hoffen wir's mal nicht! Oh! Na gut! Aber liebe Leute! Ich würde sagen, ich geh mal speichern! Ah ne, war da ganz falsche Ecke! Und dann hat sich das für den Part! Danke schon mal fürs Zusehen! Fürs Liken! Hoppala, da ist ja noch mehr! Fürs Kommentieren! Und... Ja, ich hoffe ihr habt Bock drauf wie's weitergeht! Hier im Schloss von Salazar! Slytherin! Ne! Von Ramon Salazar! Komm hier gibt's ja auch noch! Shit, ich hab da was vergessen! Ja! Auf jeden Fall sehen wir uns wieder zu Resident Evil 4! Tschüss, bis dann!